Das gucken wir jetzt zum Ende. Für die gute Laune. Lass uns das hier gucken. You will eat the bugs. Ich hatte noch ein gutes eat the bugs. Das habe ich hier bei den Giga-Chats gesehen. Ich habe das vorher noch nicht ganz geguckt. Aber ich denke, es ist ein gute Laune, gutes Endvideo, um euch in die Woche dann endgültig zu schicken. War nicht gut vorbereitet. War nicht gut zurückgespult. You will eat the bugs. Wir reagieren drauf. Gemeinsam. Und ich wünsche euch eine gute Woche. Es ist die heißeste Woche des Jahres. Lieben wir. Sonne ist gesund. Sonne ist good for you. Lasst euch nichts anderes erzählen. Geht raus, so viel ihr könnt. Tankt Vitamin D. Brown Boy Summer in Full Effect. Eat the bugs. Das ist das, was man sich von euch wünscht. Ich hatte hier noch ein geiles Bild, wo Klaus Schwab hier die Bugs am Garnieren ist. Ich liebe uns. Danke dafür, dass wir das hier möglich machen. Alle unsere Feinde sind Opfer. Es gibt nur uns. Spread the word. Eterbox Ehrenfeld ist ein Statement. Hört es laut. Hört es proud und enjoy und gute Woche. Hatte der Finanzgoblin in die Giga Chats gepostet. Ich komme noch nicht mehr mit. Ich gucke da nicht so viel rein. Aber das habe ich gesehen. Da denke ich mir mal, warum schickt mir das keiner? So top Content. You have change. Of progress. No. To defeat the Sith. Eat the bugs. You must. Eat the bugs. You must. Nice. Not this time, meat eaters. Insectors. Consumers. Die global food shortages. The collapsing supply chains. We warned you about the climate crisis. And now you reap what you have sown. Ach, das ist die Hexe. Hexe Greta. Ich wollte gerade sagen, die Stimme kenne ich doch. Schon länger nichts mehr von ihr gehört. But there is still hope. Thanks again to science. We have a solution. Insects. A sustainable, equitable and nutritious source of protein. Ist das krass? Ist das krass? It's gonna happen. It's gonna happen. Heizen und Fleisch. Das wird, äh, das wird das Toxic Masculinity Endlevel werden. Das ist der Endkampf. Das wird der Flex sein, sich das noch zu gönnen. For a fraction of the carbon footprint of livestock. We can finally put an end to the wasteful and cruel practice of meat eating for good. Hexe. Das ist eine Hexe. Wir hätten sie nie auf die Ferne lassen sollen. So, let's turn this crisis into an opportunity. To bring equality to our food systems. To mandate social and cultural change. Holy shit. Be a net zero hero. Eat the bugs. Ja, Mahlzeit. And cut. Also, irgendwie, ähm, ich lieb's Internet, ne? Und ich liebe unsere Weaponized Autists, die sowas machen. Faktenchecker. Also, wir haben die geileren Leute. Wir haben mehr Spaß. Wir sind Savage. Wir sind lustig. Would you like to try a Level 6 kick? Talk, Burberry. Yes. Okay. Deliver a package from your local Amazon node to Pod 512 and 165 Spider-Man Road. Ha, ha, ha. Spider-Man Road. Warning. This kick requires 100% of your collateral to be staked. Do you consent? I consent. Ist das geil gemacht, ey. Ich glaube auch, dass er sein Stockfoto bereut. Der Typ, der da jetzt gerade abgebildet war. Das WEF-Face. Spider-Man Road. Spider-Man Road, ey. Fuck off. Don't move. God damn. It's real. I think it's really funny because it's true. It's funny because it's true. Applying penalty. Your staked collateral tokens have been slashed. Reputation lost. Trust lost. Your consumption privileges have been restricted from synthetic meat to insect-based foods only. Why eating insects is actually a good thing. Also, ich esse Fleisch, solange es noch geht. Koste es, was es wolle. Es sind 31 Grad. Ich gehe in den Stadtwald laufen. Ich gehe in den Stadtald. Wash your somähebra. Also, check it out for more. Vielen Dank.